Die Hell Landmaschinen GmbH steht für höchste Qualität zu fairen Preisen. Der Südtiroler Betrieb mit Standorten in Eppern und Kastelbell eröffnete 1990 in Udern sein eigenständiges Tochterunternehmen für die Bearbeitung des Nordtiroler Marktes. Hier erhalten sie leistungsstarke Maschinen, Fahrzeuge und Geräte für den landwirtschaftlichen und kommunalen Bereich. Das erfahrene Team vertreibt und repariert Qualitätsprodukte von renommierten Marken wie Steier, Carraro, Klaas und Lindner. Mit der Eigenmarke Alp & Moor wurde ein wichtiger Schritt in Richtung Innovation und Marktpräsenz gesetzt. Von der Kundenberatung bis hin zur Ersatzteilbeschaffung ist bester Service garantiert. Das mobile Werkstattteam kümmert sich vor Ort um jegliche Reparaturen und bietet kundenorientierte Lösungen mit einem ausgezeichneten Preis-Leistungs-Verhältnis. Hell Landmaschinen – Ihr zuverlässiger Partner für Kommunaltechnik und Landwirtschaft. Mehr Informationen auf www.mehr-Leistungs-Verhältnis www.mehr-Leistungs-Verhältnis.com Untertitelung bis zum Beispiel Vielen Dank.